Das ist Marta Müller, Bibliotheksleiterin. Sie liebt ihren Beruf. Trotzdem muss sie feststellen, dass nicht alles rund läuft. Der Bürgermeister ihrer Stadt ist sehr beschäftigt und kennt nicht alle Angebote der Bibliothek. Ihre Ideen für neue Projekte sind daher nicht leicht zu realisieren. Auch vielen Bürgern ist das Angebot der Bibliothek nicht bekannt. Und ihr selbst ist nicht immer klar, warum manche Angebote der Bibliothek gut genutzt werden und andere nicht. Die Situation von Marta Müller kommt euch bekannt vor und ihr fragt euch genau wie Marta, wie man das ändern kann? Mit einer Bibliothekstrategie. Marta hat es gemacht. Sie hat ihre Bibliothek und ihr Umfeld analysiert. Jetzt kennt sie die Zielgruppen ihrer Bibliothek, weiß, was sie erwarten und passt die Angebote der Bibliothek entsprechend an. Ihre Ideen für neue Projekte kommen gut an. Das Ergebnis? Zufriedene Mitarbeiter und glückliche Bürger. Und Marta selbst? Marta freut sich, dass die Bibliothek nun fit für die Zukunft ist. Also, macht's wie Marta! 져st kreide. WONDF 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 Untertitelung des ZDF, 2020